Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn ich nach Nepal fliege, fühle ich mich dort fast genauso zu Hause. In Bayreuth. In London. Phänetisch. In Frankreich. Rüssel und in Amsterdam. Ich habe also 4.000, 8.000 und 5.000, 7.000 bestiegen. Ich mache über die Collagen schon seit vielen Jahren. Und Objekte und manchmal ein bisschen performen. So wie Pflanzen Verbrennung rückwärts machen, die nehmen sich auch CO2 und Wasser aus der Luft, macht diese Anlage genauso Verbrennung rückwärts, nur dass wir nicht beim Holz landen, sondern eben beim synthetischen Erdöl. Erinnerung an die Maria von Bertolt Brecht. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Das ist mein Freund Ese. Er kommt aus Burkina Faso und studiert hier in Dresden Germanistik. Er steht kurz vor seinem Master. Er ist ein wunderbarer Musiker. Ich habe mit ihm schon zusammengespielt. Ich möchte darüber schreiben, wie man mit Musik die Fremdsprache lernen kann. Alle sind aufruf. Man tobt mit, man wehnt mit, wenn es drauf ankommt. Ich bin im Herzen definitiv krank. Ich habe halt mein Architekturstudium absolviert. Ich bin eigentlich hauptberuflich als Ansprechpartnerin für Ostsachsen, für Kreative Sachsen unterwegs. Ich bin gerne Straßenbahn gefahren. Ich bin gerne Arbeit gegangen. Das ist eine Stadt, die auf der einen Seite Großstadt ist, auf der anderen Seite auch eine gewisse Übersichtlichkeit hat. Dieser perfekte Barock, diese inszenierte Gutbürgerlichkeit. Die erste Stadt, die ich kennengelernt hatte, war Dresden. Und das war für mich wie in einem Traum. Und ich erinnere mich noch, damals hatte ich jeden auf der Straße angesprochen, und sagte, hey, wie geht's? Ich bin hier verankert. Aber noch wichtiger wird das natürlich, wenn man auf einer Expedition ist, wo man jetzt auch Risiken und Gefahren eingeht. Dann ist es halt ganz wichtig, dass man wirklich einen Ort hat, an den man gerne zurückkehrt. Das ist nicht alles Kunst, was man macht. Muss auch nicht alles Kunst sein. Das ist wesentlich für einen selbst. Also die Sachsen sind ja ziemlich erlebnisorientiert. Das merkt man. Die arbeiten gerne hart, die feiern aber auch gerne hart. Wenn man jetzt alles das zusammen in Reagenzglas tut und sich vorstellt, was das ist, dann sind es auf jeden Fall keine trägen Moleküle. Und das kann natürlich eine Menge Energie freisetzen. Manchmal knallt es und manchmal leuchtet es. Aufregend. Aufregend. Habe ich ja gesagt. Wenn ich 88 werde dieses Jahr, der Wald sollte aufgestiegen sein. Das habt ihr ja nicht gemacht. Und ich erzähle natürlich jetzt nicht so diese Dinge, diese steingewortenen Monumente der Geschichte Dresden, sondern ich erzähle das, was mir am wichtigsten ist. Das ist halt diese Weide dieser Stadt. Die Elbauern. Dieses viele Grün, was in dieser Stadt ist. Und auch die Umgebung. Barfuß an der Elbe. Und die Sonne scheint. Schenkt uns Lächeln. Oh, oh, oh. Siebenbrücken musst du gehen. Brü-pa-pa-pa-pa-pea. Sie hört in Dresden zu, dass es auf dem Zimmer klappert oder rungst. Und jeder Dresdener hat ja so seine eigenen Dresdener. Lack mal, Mensch. Geil. Lack mal, Mensch. Bisschen was Schwung macht. Bisschen was zum Schwung machen. Das ist so eine Stadt. Man hat immer das Gefühl, man ist ja falsch. Aber man steht früh auf, man guckt ins Tal und man denkt auch, wie schön ist das denn nur. Und das ist einfach, es ist ja wirklich dieses Unschönheit-Sterben. Wir betreten feiertrunken. Schönen. Ja. Heimlich, dein Heiligsturm. Untertitelung des ZDF, 2020